Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten One Piece Video auf meinem Kanal, Freunde. Ich weiß, es ist schon wieder den ein oder anderen Tag her, aber egal, wir lassen uns davon wie immer nicht beirren, Freunde, und starten mit einer Teufelsfruchtanalyse. Für die, die mir auf Twitter folgen, die haben schon mitbekommen, dass ich eine Teufelsfruchtanalyse machen wollte, das mache ich jetzt auch. Und ja, in nächster Woche, also zum nächsten Wochenende, geht es dann wieder regulär mit One Piece Videos weiter. Das heißt, bis nächste Woche kommt dann erstmal kein Video, aber halt, nächstes Wochenende, ihr wisst, was ich meine, komm. Starten wir mit der Teufelsfruchtanalyse, und zwar, wie ihr in Thumb in den Titel bestimmt schon gesehen habt, es geht um die Teufelsfrucht von Rob Luki, beziehungsweise seine Leopardenfrucht, seine Suan-Teufelsfrucht. Denn Rob Luki hat eine Suan-Teufelsfrucht gegessen, keine mystische Suan, auch keine antike Suan, sondern eine ganz normale Suan-Frucht. Jetzt denkt man erstmal, ja, die Frucht ist doch relativ lame, und dass es dazu nicht so viel zu erzählen gibt. Das ist nicht so. Also, ich finde, gerade Rob Luki hat sehr viel Potenzial, und dementsprechend dachte ich mir, wenn es um eine normale Suan-Frucht gehen sollte in einer Analyse, dann um seine Teufelsfrucht. Und am Ende dieser Analyse werde ich auch nochmal eine kleine Theorie von mir präsentieren, die ich für äußerst wahrscheinlich halte in Bezug auf Rob Lukis Zukunft und in Bezug auf seine Kräfte. Aber wir fangen erstmal ganz normal mit der normalen Analyse an, von den Dingen, die wir wissen. Teufelsfrüchte sind ja sehr verschieden, Suan-Früchte sind somit den Teufelsfrüchten wohl oft als die schwächste Teufelsfrucht-Art benannt, aber es gibt doch schon ein paar Teufelsfrucht-Nutzer mit Suan-Kräften, die herausstechen. Das heißt, man hat halt, ja, die Suan-Früchte, die keine direkte Kraft verleihen, die einen direkt boostet. Das heißt, wenn man eine Logia-Frucht beispielsweise gegessen hat, isst man sofort auf einem enorm hohen Level, weil man ja beispielsweise direkt das Element beherrschen kann und man wird zu diesem Element, man kann auch nicht mehr normal angegriffen werden. Das heißt, man kriegt sofort einen Boost an Kraft. Bei Paramecia-Früchten ist es oft auch so, nicht immer. Beispielsweise Ruffiesfrucht hat ja auch sehr, sehr viel Training gebraucht. Aber bei Suan-Früchten ist es so, dass man immer, also beim normalen Suan-Früchten, dass man immer enorm viel Training braucht, damit die Teufelsfrucht auch wirklich seine Kraft entfalten kann, beziehungsweise damit man überhaupt einen Nutzen daraus ziehen kann. Denn wenn man kein Training hat, keine Kampferfahrung, dann bringen die normalen Suan-Früchte eher weniger. Klar, bei mystischen Suan-Früchten, wie jetzt zum Beispiel bei Marco dem Phönix, da ist das nicht so, weil er regeneriert sich so oder so. Ob er das jetzt trainiert hat, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Deswegen ja. Aber kommen wir nun erstmal zur Person Rob Luki. Rob Luki ist schon in einem enormen, jungen Alter zur Weltregierung gekommen. Und schon mit 13 Jahren hat er allerlei Techniken beherrscht, die den Kampf verbessern. Sprich, verschiedene Fähigkeiten zur Verteidigung, zum Angriff und so weiter und so fort. Wir kennen ja auch seine Vergangenheit zum Teil. Und dort hat er uns schon gezeigt, dass er sehr, sehr stark ist, auch ohne eine Teufelskraft. Im Enis Lobby-Ark war es dann allerdings so, dass er uns seine Teufelskraft gezeigt hat. Und ja, wir hatten einen der heftigsten Kämpfe überhaupt, beziehungsweise Ruffy hatte einen seiner heftigsten Kämpfe überhaupt gegen Rob Luki. Und damals war es auch definitiv sein stärkster, beziehungsweise sein härtester Kampf, den er hatte. Für viele Leute ist das ja sogar noch der epischste Kampf überhaupt. Aber das zeigt halt einfach, wie krass das eigentlich ist. Und da Rob Luki aktuell in der CP 0 ist, das heißt, er wurde ja von der CP 9, die wurde ja dann quasi aufgelöst. Und er ist jetzt in der CP 0. Er wird immer wieder thematisiert. Man sieht ihn immer wieder auf aktuellstem Stand. Und das garantiert für mich auch, dass Rob Luki definitiv nochmal ein Comeback feiern wird. Und definitiv wird Rob Luki nochmal mit seiner Leopardenfrucht ein Comeback feiern. Wir haben ihn ja auch in One Piece Film Gold gesehen. Wir haben ihn jetzt im aktuellen Anime-Stand vor ein paar Folgen. Also was heißt ein paar Folgen, das ist schon ein bisschen länger her. Aber da haben wir ihn auch gesehen. Und er wird definitiv nochmal einen Kampf bekommen. Ja, die Leopardenfrucht an sich ist sowieso auch definitiv besser als viele andere Sorenkräfte. Das heißt, natürlich gibt es Tiere, die nicht so stark sind. Allein das Tier alleine ist schon nicht so stark wie die Leopardenfrucht. Und wir wissen auch, dass Sorenfrüchte nicht nur die körperliche Kraft steigern. Das heißt, man mutiert ja quasi. Und Rob Luki hat ja auch eine Shibi-Form, wo er nur zu diesen Leoparden wird. Aber er hat ja auch eine Mischform, wo er quasi eine Mischung aus Mensch und Leopard ist. Und in dieser Form hat er enorme Kräfte, also eine Kraftsteigerung. Aber das ist ja nicht der einzige Vorteil, weil man kriegt ja auch andere Attribute von den jeweiligen Tieren gutgeschrieben. Was ich damit meine ist, wir sehen es ja auch aktuell bei Kaido ganz oft. Beispielsweise die Fledermaus, die bei Kaido war, die war in der Lage besser zu hören. Und so hat man halt so einzelne Vorteile, die die Tiere in der freien Wildbahn bieten. Die hat der Teufelsruf-Nutzer dann auch. Bei Rob Luki grob zusammengefasst, klar, er hat scharfe Krallen, er hat scharfe Zähne. Die hat er auch benutzt. Das ist eher so nebensächlich, weil auf aktuellstem Stand ist das nicht mehr so relevant. Aber es ist halt ein Faktor. Er hat einen Schwanz, mit dem er ja beispielsweise den berühmten Move gegen Ruffy gemacht hat, wo er ihn mit dem Schwanz so festhält und dann seine Attacke gemacht hat. Auch ein Vorteil in dem Sinne, aber nicht so groß. Ich gehe auch stark davon aus, dass seine Sinne besser ausgeprägt sind. Sprich, Hör- und Geruchssinn sind bei Leoparden besser ausgeprägt als bei Menschen. Sie hören deutlich besser und auch andere Frequenzen. Und der Geruchssinn ist deutlich stärker. Und die Augen sind bei Nacht auch deutlich besser als die des Menschen. Das heißt, da wird er auch irgendwo überall ein Upgrade bekommen haben. Ist jetzt nicht so kampfrelevant oft, aber es ist, denke ich, ein Faktor, den man definitiv nennen sollte. Es wurde auch noch nicht so explizit thematisiert, aber ich denke, man sollte es definitiv nennen. Rob Luki selbst hat natürlich viele Kampftechniken, die er dann mit seiner Teufelsruf kombiniert. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten wie Orkan, Kick, Fingerpistole und so weiter und so fort. Diese Fähigkeiten nutzt er natürlich in Kombination mit seiner Teufelsrucht und die machen ihn natürlich auch enorm stark. Zumal er ja dann zwischendurch auf seine Form wechselt in die Chibi-Form und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Ja, der nächste Kampf wird definitiv kommen mit Rob Luki und ich denke, wir haben schon damals gesehen, dass Rob Luki ein enormes Talent hat. Und wir wissen auch, dass Rüstungshaki und Vorherahnungshaki beides Haki-Arten sind, die man mit Training erlernen kann. Also die hat man nicht angeboren, sondern die kann man erlernen. Und ich gehe so fast 100% davon aus, dass Rob Luki auch diese Haki-Arten beherrschen wird. Das heißt, Rüstungshaki und Vorherahnungshaki wird er definitiv beherrschen. Und es bietet sich für die Teufelsrucht natürlich enorm an. Klar, so ein brachialer Leopard, also diese mutierte Form, diese Muskelform, wenn er da natürlich Rüstungshaki hat und auch Vorherahnungshaki, warum denn nicht? Dementsprechend, er nutzt dann seine Fähigkeiten in Kombination mit Haki, enorme Ausbaustufe, extrem stark. Aber ich möchte jetzt mal die Theorie ansprechen, die ich eben kurz erläutert habe. Das ist für mich der entscheidende Faktor. Und hört mir erstmal bitte bis zu Ende zu, damit ich die Theorie erläutern kann, weil sie hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an. Aber ich denke, es wird eine ganz coole Anspielung sein. Und zwar, bei Leoparden gibt es ein rezessives Gen. Wer mal in Religion, äh, in Religion wahrscheinlich, in Biologie aufgepasst hat, der weiß, dass rezessives Vererbungsgut quasi, ja, das passive ist. Also nicht das, äh, dominante Gen. Es gibt dominant und rezessiv. Das rezessiv vererbbare Gen, was bei den Leoparden für die Fellfarbe verantwortlich ist, kann halt vererbt werden. Und so würde man eine schwarze Fellfarbe haben. Und das nennen wir dann ja den schwarzen Panther. Jeder kennt ja hier schwarzen Panther, also einen Panther, der schwarz ist. Und das ist nichts anderes als ein Leopard, der ein anderes Gen für die Fellfarbe hat. Jetzt glaube ich natürlich nicht, dass Rob Luki eine andere Fellfarbe das nächste Mal haben wird. Aber es wird, denke ich, eine ganz coole Überleitung sein. Und zwar, wenn Rob Luki kommt, und bei ihm kann ich es mir sehr gut vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass er das Fullbody-Rüstungshaki erlernt hat. Das Fullbody-Rüstungshaki kennen wir ja schon, beispielsweise von Virgo, beispielsweise von Pika. Das heißt, diese Charaktere haben es geschafft, das Rüstungshaki so stark zu trainieren, dass sie gar keinen Blind-Spot haben. Also keinen Spot, der keinen Rüstungshaki hat. Alles ist mit Rüstungshaki ummantelt. Und das ist natürlich eine enorme Verteidigung und ein enormer Angriff. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rob Luki das ebenfalls beherrscht. Gehe ich sehr stark davon aus. Und es ist ja immer so ein One Piece, da haben die ganzen Formen auch so Namen. Und das kann ich mir bei Rob Luki halt enorm gut vorstellen, dass man das dann Black Panther nennt. Also quasi Schwarzer Panther, weil ja Rüstungshaki auch schwarz dargestellt wird. Ich halte das für enorm wahrscheinlich, weil diese ganzen anderen Formen, die sind halt immer so benannt. Beispielsweise bei Ruffy ist es ja genauso. Wenn er in den Gear 4 Snakeman geht oder in den Gear 4 Bounceman, dann ist das ja auch ein Name für diese Form. Und das passt halt immer dazu. Und bei ihm wäre es quasi auch eine Überleitung, so Schwarzer Panther. Natürlich ist nicht das Fell anders, aber dadurch, dass es Rüstungshaki da drüber ist, sieht es halt so aus. Und dann könnte man diesen Modus schon nennen. Ich denke, so etwas wird definitiv mal passieren. Und gerade Rob Luki mit Full Body Rüstungshaki, Leute, das kann ich mir enorm gut vorstellen. Natürlich, auch vorher ein Onsaki wird immer relevanter. Wird er, denke ich, auch drauf haben. Ob das jetzt auf so einem Level ist wie bei Ruffy oder wie bei Katakuri, halte ich für unwahrscheinlich. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, denn er ist nun mal bei der CP0. Die CP0 ist nun mal enorm relevant und enorm stark. Und so wie sie präsentiert werden, werden sie auch noch einen deutlichen Einfluss haben. Deswegen, man sollte es nicht unterschätzen. Aber ich möchte an der Stelle nur sagen, dass er beides enorm krass beherrscht, ist dann vielleicht auch noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Na jedenfalls ist das halt für mich, finde ich, so diese Leopardenfrucht. Die Leopardenfrucht ist definitiv schwächer, grundlegend, als viele andere Früchte. Aber mit Rob Luki, einem sehr, sehr starken Charakter, ist das definitiv eine extrem gute Kombination. Und ich denke, dass wir von Rob Luki auch noch in naher Zukunft sehr, sehr viel erwarten können. Ich würde mich fragen, gegen wen er antritt. Denn wenn er natürlich nochmal gegen Ruffy antritt, wäre das natürlich nochmal enorm geil, diesen Fight nochmal zu haben. Aber ich fände es auch enorm cool, wenn er gegen jemand anderen antritt. Und wenn er gegen jemand anderen antritt, dann würde mich interessieren, gegen wen. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare, gegen wen glaubt ihr, könnte Rob Luki als CP0-Mitglied nochmal antreten. Wen könnte er nochmal demonstrieren, wie stark er ist. Klar, in One Piece Film Gold hat er gegen Sabo gekämpft, so ein bisschen. Aber das lassen wir jetzt mal aus und vor. Und ja, deswegen, Leute, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Gegen wen könnte Rob Luki antreten? Was könntet ihr euch für Rob Luki noch vorstellen? Also, was glaubt ihr, wird er für einen Weg noch in naher Zukunft einschlagen? Das könnt ihr mal alles in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock auf weitere One Piece Videos habt, lasst doch gerne ein Like da. Und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.